Schnauben Die Manschettenkosten 10 Euro Man muss es auch wieder nach oben Wenn man es auch wieder nach oben Verstellt Wobei, wenn man es weiß wie Dann kann man es dann wegführen Aber ich möchte euch mal Schauen wir mal mal Schauen wir mal mal Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal 14 Uhr